Hi und willkommen bei meinem Lieblingsort in Maravanna. Auf der anderen Seite finden Sie unsere ganzen klassischen Meiner. Bei mir, der Herr Rüben, haben wir unsere Naturweinschätze. Naturwein kennt man oft als so trüb wie Apfelsaft, eventuell Orange und riechen und schmecken tut das sowieso ganz anders. Uns ist ganz besonders wichtig, euch was Neues zeigen zu können. Das heißt auch neue Winzer, die man vielleicht nicht so kennt, neue Herstellungsmethoden und neue Geschmäcker, neue Kombinationen, die auch einfach als Inspiration dienen sollen. All das gehört für uns einfach zum kulinarischen Erlebnis und das ist was wir euch bieten wollen. Wir haben drei Sammiers im Haus. Das ist was ganz Besonderes, darauf sind wir auch sehr stolz. Vor allem, weil wir unsere ganzen individuellen Richtungen dadurch viel besser ausleben können und an den Gast bringen können. Das bietet euch, dass wir uns perfekt auf euch einstellen können, dass ihr euch noch besser bei uns fallen lassen könnt, wie euch bei der Hand nehmen, um euch einen außergewöhnlichen Abend zu bieten. Ich freue mich auf euch und auch was Neues mit euch zu erleben.